In der roten Ecke Wesley Daniel, in der blauen Ecke Stein Contra, in Hosain Yaza. Dieser Kampf geht über eine Distanz von 3x3 Minuten. Rieschweig, Runde 1. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Freik! Go! Halt! 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 Hup! Hux! Break! Break! Go! Go! Time! Okay. Hux! Hux! Bleu! Head up! Ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ausdruck! Ausdruck!